hallo und willkommen bei viele blauen licht nummer 237 toncheck sagt mir ton müsste passen ja keine keine äh äh ausschläge auf der ausschlagshimmelarsch ja ist egal jedenfalls die halt oben wenn wenn das mikro knistert dann passiert da was ohne dass ich was sage also passt schon jedenfalls neue woche neue folge ich bin äh gerade ein bisschen äh gestresst weil wir haben deadline bald und jetzt äh irgendwie tausend sachen die sich kurzfristig noch ändern und dieses und jenes und tralala und ich habe äh diese woche den großen fehler gemacht mich ein bisschen länger mit disney dreamlight valley zu befassen wer es nicht weiß kam diese woche raus ist ein early access wird nächstes jahr als free to play spiel erscheinen kann man jetzt für 30 euro kaufen auf der play auf der xbox ist im game pass es ist im endeffekt animal crossing trifft stardew valley trifft äh disney einen disney freizeitpark wenn man so will und es ist echt toll es ist richtig es ist richtig toll mir ich finde das super spiel wichtig wer sich leisten kann und oder will äh die ps5 version schafft 60 frames und die hält es ja auch prinzip immer außer wenn es ab und zu mal ruckelt weil scheinbar die kamera dann hängen bleibt ähm in in zwei drei umgebungen aber es sieht super aus und die xbox series x version schafft aus irgendeinem für mich völlig bezahlen grund zumindest war es vor zwei tag noch wie ich es probiert habe nur 30 weil das müsste von der performance her eindeutig das können aber es ist und es ist das wird zwar mal free to play aber wenn sie nicht alles komplett umschmeißen ist alles nur kosmetisch und die missionen es gibt kein free pay to win also man muss wirklich alles so man spielt alles so es gibt ein paar missionen zusammen fetch quests wo irgendwelche ressourcen halt man wagen muss bis zu spawnen aber das kennen ja animal crossing spieler auch also echt tolles ding ich finde es super und es hat mich jetzt viel zu viel zeit gekostet die ich eigentlich mit tausend anderen spielen hätte verbringen sollen damit ich jetzt nicht am ende hier am wochenend ordentlich spielen darf damit ich es auch noch hinkriege aber gut alles noch im plan aber heute jetzt kurz vor dienstschluss kamen auch noch mal zwei spiele hier sind eure testmuster die gehen zwar andere leute aber das ist auch organisatorisch wieder ups wie machen wir das jetzt plus habe ich noch ein paar sachen gesehen die die nächsten ein zwei wochen rauskommen wo ich noch mich drum kümmern sollte dass wir die herkriegen wo ich mir auch denke verdammt ach also gut egal äh außerdem dachte ich mir ja huch ja gut die woche wird es ein bisschen kürzer hier nein alle haben fleißig geschrieben bis auf den dominik der ja dafür äh mit echtware spendiert hat keine mail oder für ein fanpost paket ihr habt es ja gesehen da kommen wir aber gleich nochmal drauf äh deswegen jetzt schnell äh viel drum rum ach so meine kurze kurzer update zu meiner amazon bestellung mit ups also ich hab mein geld wieder in der nacht auf dienstag gleich abgeholt vom intervier auch super wenn man beim beim kundendienst chat jemand erwischt der mit seinem vornamen der in seinem namen so heißt woher kommt offensichtlich also halt sprich es gibt keinen button den man einfach drückt man muss sich schon durch ein chat herhangeln aber dann war es gar kein problem so ersatz oder rückzahlung weil und dann rückzahlung auf die kreditkarte oder als guter gesagt okay gut haben ist okay weil erstes mal gut haben passiert ja auch gleich man muss nicht zwei drei tage warten bis es wieder da ist und zwar jetzt irgendwann bestelle ich ja doch wieder was in amerika da liegt es erstmal gutes geld kann man schon machen aber ja und bei ups wiederum stand dann interessanterweise am montag nachdem das ganze wochenende nichts passiert ist anstatt des montags ist dann moment was stand da genau ich kann es euch sagen ich habe mit ups nicht mehr telefoniert oder gemailt diese woche weil ich keinen bock mehr habe aber ich verfolge natürlich trotzdem ob es vielleicht doch noch kommt so dann stand dann am dienstag glaube ich war es am dienstag in aller herger zu früh es tut uns leid dass ihr paket sich verspätet die zustellpläne werden so schnell wie möglich angepasst das ist ungefähr der gleiche sache vorher war es noch verspätete bearbeitung und seitdem haben wir jetzt wieder dann kam am späten dienstag innerhalb von fünf minuten import scan und lager scan und in diesem zyklus sind wir seitdem wieder am siebten und ja bloß dass die uhrzeilen sich ein bisschen verändern also nach zwei wochen ist es angeblich immer noch in köln und immer noch für den arsch also ich weiß nicht was der ups da verbockt hat aber es ist echt ja ganz toll ich meine da geht es um eine visual novel die ich mir anderweitig auch kaufen kann kein problem wenn das jetzt zum beispiel mit meiner igrid mini 2 mini st karte passieren würde da würde ich glaube ich echt einen collar kriegen weil das ist ja nicht einfach so die werden auf order produziert und ich so geht gar nicht ist also das wäre kacke aber gut das ist japan und dhl da ist die chance dass was schief geht geringer und mal gucken ob es ihnen strikt liefert auch mal irgendwann noch anbieten aber ich möchte natürlich nicht dass wir dann ein halbes jahr später haben aber gut das ja dann kurz wetter vorhersage weil es einfach dazugehört na komm jetzt haben wir ja irgendwie tatsächlich schon herbst das ist ganz toll also die temperaturen sind an sich schon okay aber nur beginnt so oh heute gibt es noch tee storms na großartig man denn noch sehe ich so nett also komisch steht zwar thunderstorms aber halt moment ich habe noch nicht ach so das ist schon die nächsten vier ach so äh nee passiert nichts nachdem also samstag 18 mit regen sonntag 18 mit regen okay montag 22 sonnig oh dienstag und mittwoch 25 bis 26 grad huch und dann geht es wieder ab 21 18 15 und 14 ist nicht ganz ideal aus gründen die hier nichts nicht wichtig sind aber also nicht nicht direkt tangieren aber indirekt deswegen wäre es da schon schöner aber hilft wenn es ein bisschen wärmer wäre aber kann man halt nichts machen ärgerlich also hat mit handwerkern zu tun deswegen ärgerlich aber egal gut dann dazu dann schiebe ich es hier schon mal ein damit ich nachher schnell schluss man kann nicht alles runterleihen muss ihr wisst ja wie immer nächstes mal wieder nächste folge nächsten samstag material entweder bei youtube in die kommentare noch sehr viel lieber als e mail an bla mit h kernspieler.de und das ganze bitte bis freitag 18 uhr da sind wir mit dem heft fertig und ich habe wahrscheinlich die woche darauf urlaub deswegen kann das welch früher anfangen könnte wäre auch nicht so schlecht aber momentan habe ich so wenig zeit dass ich immer noch nicht ski hulk vom donnerstag gesehen habe ich so ist jetzt ja also tor ist jetzt wohl bei disney plus habe ich auch noch keine zeit gefunden und ey cobra kai season 5 ist getroppt heute und ich habe noch nicht reinschauen können verdammt ärgerlich weil ich spielen muss bis bis ich umfall so ungefähr und schreiben muss auch noch oh gott das wird noch was werden ja und außerdem nachher ist hier noch die disney marvel showcase mit spielen mal gucken ob da irgendwas passiert hoffentlich ich hoffe jetzt mal fast nicht aber warten wir es ab gut gehen wir es an also die youtube kommentare wir hatten natürlich am samstag bla und da meint der mt elite erster und da meint der heinrich hinkel ja richtig und der turke meint damn right und der düsi meint gerade noch zur deadline scheint so grübeln na gut so kann es passieren dann am sonntag gab es das im den import report nachdem keiner auf die spiele konkret eingeht macht es nix ich gucke mal kurz was es war trotzdem hätte ich ja auch vorbereiten können oder wäre doch cool gewesen aber mache ich nicht vorbereiten für sowas hier nix das wird spontan gemacht ich mache ja kein zwölf stunden live jubiläum stream den mal also ich verspreche euch wenn ich mal 75.000 abonnenten habe mache ich auch in zwölf stunden live stream dann kriegt man das schon hin aber es ist ja auch leicht zu versprechen weil es wird ja nie passieren so was hatte ich in dieser episode äh das das und märchen vor der switch spring das gibt es bei uns team prison und forward to the sky ja das war mir so die durch die mittelspannende episode ich gucke gerade nächstes mal diesen sonntag ja geht ganz okay so ähm der tokyo meint nämlich mal auf doof gefragt wie wäre wie werde ich eigentlich auf die all die spiele aufmerksam die meisten sind ja eher nicht auffällig schon gar nicht für den gemeinen westler ah jetzt ja und der mt elite meint gemeiner wrestler der man arbeitet für ein games magazin da wird man doch wohl auf sowas aufmerksam ähm das ist in der theorie stimmt es natürlich ein stück weiter aber nicht so ganz weil das ist ja alles sehr nischiges zeug also natürlich äh verwalte ich die import rubrik im heft seit ein paar jahren muss man natürlich wissen was passiert da schaut man also schon ein bisschen aber das meiste von den sachen die ich privat kaufe wäre auch nicht testrelevant das haben wir gleich letztes mal erörtert wegen geschehen novel und so ähm also da schaut man natürlich ein bisschen und man kriegt man kriegt es teilweise so mit weil gematsu es berichtet zum beispiel oder weil es halt generell was erscheint oder halt ich schaue halt immer bei einmal im monat wenn ich die import news startseite mache bei playasia die kommenden spiele für den kasten auf dieser seite und da checke ich halt auch immer durch bevorzugt sachen die auf englisch erscheinen also da wird schon geguckt bei playasia steht oft oft dran vermerkt dieses spiel hat englische texte und dann gucke ich und wenn es dann für mich einigermaßen interessant aussieht dann wird es halt gemerkt und und oder gekauft mal nicht alles aber vieles also visual novels nehme ich automatisch mit einfach zur gaudi äh shooter zum beispiel also shoot them ups zu kommen jetzt auch wieder welche die sind eher nicht so meins die werde ich dann wahrscheinlich nicht zwingend beachten aber so läuft es in ungefähr ja also keine große wie soll ich sagen magie dahinter einfach halt ein bisschen drauf gucken wobei zum beispiel pul 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 molka was auch nochmal vorkommt das ist mir echt erst über den weg gelaufen als es erschienen ist das hatte ich vorher gar nicht mitbekommen und das ich weiß auch nicht wie ich da drauf gekommen bin dass das ding englisch ist weil habe mich sehr gefreut schönes spiel und ich mag ja die pul pul molkas aber ich habe es gar nicht wirklich nicht vorher mitbekommen jo spannend gell naja gut okay da so viel dazu dann habe ich ja am montag ein eating mit einer warmen Mahlzeit gehabt das keine sau interessiert hat also brauchen wir auch nicht weiter drüber reden also die klicks sind okay kommentiert hat es niemand das einmal latina plato al estilio pastel de choco oder so ähnlich also irgendeine eine komische warme Mahlzeit aus dem spanischen Sprachraum dann am was das wiederum finde ich ein bisschen fast da gebe ich mir so Mühe und mache ein top aktuelles Video mit der limited audition von taste the flirt road dann schauen es bloß ein paar Leute und kommentiert tut es auch keiner das ist ein bisschen deprimierend schnief aber ist halt so naja dann am Mittwoch gab es die McAnady Popcorn Blaubeer Geschmack wo jemand schreibt der Phil Dodo der mir jetzt nichts sagt der mir hier aber seit neun Monaten folgt das ist interessant danke Phil dann hörst du es ja hier vielleicht schade er dachte beim Thumbnail an gefrorenes Popcorn Chicken mit Blaubeer im Barbecue Lack der hätte sich direkt mit 10 Tüten eingedeckt trotzdem gutes Video drei Daumen nach oben ich finde das jetzt ein bisschen naja gut wenn man das stimmt wenn man die Packung nur auf dem Thumbnail sieht könnte man an sowas denken muss ich zugeben okay ich hab's kapiert jetzt danke dann kam natürlich die große Überraschung für mich weil es am Mittwoch hat es geklingelt an der Tür denk mal schon wieder ein Paket dann war es für mich nämlich vom Dominik Fanpost jawohl danke Dominik nochmal statt als Ersatz für eine heute diesmal nicht stattfindende E-Mail auch schöner Ersatz immer gut mit viel künftigen Videomaterial wie man ja gesehen haben wird wenn man es noch nicht gesehen hat guckt es an das Video Fanpost ist Nummer 32 Unboxing Nummer 94 so da meint der MCD Fanpost Tag das Katsch wird mir noch zeigen können und der Bumsi meint jawohl ich hab's aber auch noch gesagt Leute das wird mal ein eigenes Video irgendwann man muss solche solchen Content muss man ja schließlich maximieren die Aufmerksamkeit ja ja kommt noch wird wann weiß ich noch nicht da muss ich auch noch überlegen mit der wie ich es aufnehme weil so mit dem iPad ist die Perspektive nicht ideal kriegen wir aber hin wird passieren oder ich halte doch nur alle einzelnen die Kamera wie damals bei den äh na bei bei den Wrestling Karten die mir mal jemand geschickt hat das Video war auch ganz schön lang weil ich ja jede einzelne ausgepackt und gezeigt hab puh ähm ja dann der Sebastian Müller meint ein tolles Paket Daumen hoch das ist korrekt der Tokio meint warum die Leute mir wohl immer scharpes Zeug schicken mit Teufelsmiley ja das war ja auch schönes Paket zum Mampfen und Schlürfen und der Düsi meint mit Scharf scharfe okay wieder mal ein Gag vom Düsi den ich nicht begreife bitte erklären mein Mix mal danke ja das ist schon wahr ja das das wären interessante unter Umständen interessante Videos und der Bumsi meint jetzt kann Ulrich endlich mal auf ein paar Willis rumkauen das ist richtig ich meine das hätte ich vorher auch schon das wollte ich aber nicht aber ich weiß auch nicht ob die dann so so lecker schmecken wie diese hier und drunter schlucken ist dann auch so eine Geschichte naja gut lassen wir das Thema sehr schön gut ähm ja haha äh genau das war also das Unboxing wie gesagt anschauen war schön ich hab mich gefreut war gut und dann am Freitag gab es jetzt noch ein soll das Trinking Snickers äh das Snickers Drink das war glaube ich jetzt das letzte von denen oder hoffe ich fast mal also dann schauen wir mal äh mit Alkohol oder warum lallt der Ulrich meinte Düsi ich kann es dir nicht sagen weil ich nicht mehr weiß hab ich in dem Video gelallt dann war ich vielleicht müde oder irgendwie irgendwas kein oder ich hab vorher ein anderes Video mit Alkohol aufgenommen glaube ich aber nicht weil ich normalerweise nicht zwei Trinkgevideos am gleichen Tag aufnehme weil das nicht ideal ist auch wegen Geschmacksverzerrung aber nö keine Ahnung aber egal ja gut das waren die Videos dann hier schon mal gleich die Vorschau vorbehaltlich spontane Änderungen die ich jetzt noch nicht weiß wie zum Beispiel dieses ähm Dingens wie ein Fanpost es könnte sein dass ein Unboxing reingrätscht aber momentan würde ich nicht damit rechnen äh werden wir sehen also und dann also es gibt natürlich wie immer ein also am Sonntag gibt es eine Import Report Folge äh oh da fällt man gerade auf gut dass ich reinschaue ich muss das Timing von einem Video noch ändern dann gibt es äh normalerweise zwei Eatings zwei Drinkings mit interessanten Geschichten würde ich sagen ja doch würde ich würde ich so sehen kann man so sagen doch doch ähm und wenn es so bliebe das letzte Woche versprochene äh Extrem Video aber das ist wie gesagt nicht zeitkritisch deswegen kann ich das auch nach hinten schieben wenn noch was rein käme schauen wir mal aber ihr wisst Bescheid es gibt jeden Tag ein Video außer ja jeden Tag tatsächlich ist so auch am Freitag hui okay da muss ich vielleicht noch ne das kann ich nicht umdrehen ein bisschen doof also ich hab die 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 Fanpost Eatings und Drinkings hab ich noch nicht äh noch keinen Überblick wann die passieren werden ich vermute frühestens übernächste Woche wir müssen mal gucken wie ich es unterbringe aber sie werden auf jeden Fall kommen das ist gebönkt und wie ich sie genau verteile weiß ich nicht weil ja diesmal die die Anzahl Getränke und Nicht-Getränke ein bisschen unterschiedlich ist aber das wird werden keine Sorge wird gut gehen wir zu den ehemals wobei ah ja hier das ich bin gerade verwirrt Moment gut die erste E-Mail die ich bekommen habe ist betitelt also koreanische Schriftzeichen jetzt muss ich mal kurz Diepel auspacken was er denn da getippt hat erkannt Deutsch was habe ich gelernt Diepel kann kein koreanisch hups dann nehmen wir halt Google erkannt Ausgangssprache koreanisch ja hello from Korea ok ja gut das haben wir dann wohl wieder ausgelärt ach ganz schön das sind 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Schriftzeichen und für diese drei Sätze Worte das ist faszinierend sowas aber gut dann meint nicht der Tokio also hallo durch Tokio hier aus dem sehr warmen Seoul Seoul da guckst du mal bei uns nicht ja es ist echt warm hier die letzten drei Tage hat er fast durchgeschwitzt liegt aber auch daran dass er viel am Wandern ist und gestern sogar einen auf Bergsteiger gemacht hat Urlaub ohne Muskel hat er in den Beinen ist für ihn kein Urlaub ein lachender Smiley musste sagen ich überlege gerade wenn wir jemals wirklich dazu kämen einen gemeinsamen Urlaub in Asien abzuhalten was ja vielleicht wer weiß nie ganz denkbar unmöglich unmöglich ist ich weiß nicht wie sich das dann machen lässt weil ein Urlaub mit Muskelkater ist für mich kein Urlaub also ich meine zumindest nie so Bergsteiger so Landschaften finde ich cool aber mich dabei auch noch vor Ausgaben das ist was anderes aber naja ist ja noch lang hin der Herr Nickel ist jetzt ja gerade in Tokio und jemand anders aus unserem Dunstfeld fliegt dann die Woche drauf scheinbar auch noch also es geht oder ja doch Tokio auch halt also Japan eben das geht schon irgendwie ein Visum zu kriegen wenn man wenn man halt recht also das eine ist beruflich das andere weiß ich nicht ich hatte gemeint als privaten Kontakt irgendwie also auch mit Besuch für jemanden und nicht als Tourismus alleine und er meint der hat auch gemeint wenn man gemeint hat die deutsche Bürokratie ist schon viel dann hat man Japan noch nicht erlebt ja das habe ich mitbekommen teilweise aber naja der Flug per Lufthansa war leider nicht so toll ich kann nur sagen dass du überhaupt dort bist weil die streiken ja auch gerne mal er kann verstehen warum die keine Fünf-Sterne-Wertung mehr haben Service hat echt ziemlich nachgelassen dafür klappt die Einreise nach Korea total easy am Flughafen den PCR-Test gemacht drei Stunden später das Ergebnis zum Glück negativ man musste auch nicht warten sondern konnte schon mal zum Hotel ach so echt ist ja lustig wenn er positiv gewesen wäre dann hätten sie dich aus dem Hotel rausgeholt mit dem Rollkommando oder was naja keine Ahnung ähm ja ich hab das ist auch spannend ich hab die den den Zeitplan von Thomas für diverse Sachen wo er ist auch bekommen und da steht tatsächlich drauf dass man seit dem 7. Dezember seit dem 7. September in der Einreise nach Japan keinen negativen Test mehr vorweisen muss das reicht wenn man beweisen kann dass man dreimal geimpft ist äh auch hätte es ja dabei schön da hat er sich Geld gespart aber es ist natürlich überraschend aber gut er ist dort vor Ort ich hab's ja schon dokumentiert gesehen dann meint hier unser Tokio hier wenn hier nicht koreanische Zeichen wären könnte man auch meinen in Japan zu sein so ähnlich sieht das hier alles aus und fühlt sich auch so an ja es ist so ich sag mal so wie Österreich und Deutschland wahrscheinlich ist ja doch alles relativ ähnlich bis auf die Sprache ja okay die Österreicher sprechen fast Deutsch ähm ja warum nicht großartig probiert hatte ich ja am Essen allerdings noch nichts entweder fehlt ihm der Appetit vom ganzen Lauf nur da kommt sich blöd vor sich alleine in ein Restaurant zu hocken deswegen gab's bis jetzt nur was aus dem Supermarkt oder von Burger King ich mein ich kann das verstehen mit Supermarkt und Burger King ist einfacher aber das aber wenn ich schon dort bin dann ich mein wenn man alleine unterwegs ist ist es halt schwierig wenn man Gesellschaft braucht zum Essen ich würde mich da schon neihocken glaube ich gehe auch zu unserem Vietnamesen hier in Mehring alleine und zum Essen na egal nur zu Getränke hat aber auch schon ein paar lustige und weniger köstliche probiert da gibt es sicher einen ganzen Haufen kann ich mir gut vorstellen mal sehen was sich die nächsten Tage noch so erwartet dann ja werden wir ja vielleicht teilweise mitkriegen aber ja ein bisschen neidisch bin ich schon aber ich müsste mich halt aufrappen können und so alles nächste Woche meldet sich dann aus Busan es sei denn er kommt als Zombie an falls mir der Film Train to Busan etwas sagt ne sagt man natürlich nicht Busan nicht Busan weil ich bin so mit fernöstlicher Filmkultur nicht so bewandert im Gegensatz zum Audio-Visions-Kollegen der das sammelt und schaut Train to Busan ist ein südkörnischer Zombie-Film von Yen Zeng der Film feierte seine Premiere 2016 und kam bei uns beim Fantasy Filmfest synchronisiert und Blubber auf Blu-Ray den gibt es ja gut keine Ahnung Mai Horrorfilm halt so schließt sich da aus gut schöne Grüße an die Kernspielertruppe danke die findest du hier und dann hat er mal auch noch ein paar Fotos mit geschickt die aus irgendeinem Grund hier in der E-Mail selber nicht richtig angezeigt werden aber auf dem iPad das ist nicht bei mir liegt ach okay dann machen wir es ja halt so auf wahrscheinlich weil sie JPEG als Endung mit E haben das da kommen diverse Programme sind da sehr pingelig und dann geht es halt nicht Moment wo sind sie also wenn die fortlaufenden Fotonummern dann hat er ganz schön ordentlich genug viele gemacht würde ich mal so sagen so was haben wir hier Arex das ist das Flughafenmaskottchen vermutlich zwei so nette Plastik also kleinen Fernseher mit Armen und Beinen wenn man so will und eine Flugzeugantenne oben drauf okay dann ein schöner so ein Kanal lang links und rechts hoch Häusern so also so zwei drei stockwerke große Blöcke Häuser und mit ich würde ja Strandpromenade also so ein geregelten Wasserkanal so ähnlich wie wenn man durch Kamurocho läuft Blaschmela ja ich weiß dass Kamurocho japanisch ist dann ein Ausblick von einem Hügel auf Seoul wohl ja hübsch ganz schön flächig das könnte wenn man es nicht wüsste könnte es natürlich auch L.A. sein das ist auch so eine Wüste an vielen vielen Häusern dann ein ein typisches asiatisches Gebäude mit so einem Gaupendach und so keine Ahnung was das ist eine eine Dings Bergstation von einer oder Zugstation aber halt eher so touristisch angehaucht wirkt das für mich dann oh noch ein schöner Ausblick über so diverse ich würde es jetzt fast Tempelanlagen nennen aber wahrscheinlich könnte auch sein weiß ich nicht so ganz genau sehr hübsch hat was so ein hübscher Himmel und dann das ist wohl ein Riesentempel so Riesenplatz vorne dran und dann eben so der Eingang mit zwei so Dächern und so ja schick und oh und so oh ein so eine vorgelagerte Halbinsel wo so ein kleiner achteckiger sechseckiger achteckiger Tempel Bauwerkchen Türmchen drauf steht und davor im Wasser so Seerosen schwimmen so ein bisschen hübsch ja es ist schon hübsch und dann noch ein nochmal ein Foto von einem Tempel so von schräg unten wo man sieht dass die Leute die dort sind teilweise Masken drauf haben ja in Korea da kann man ja bei Claire Lovecraft auch sehen dass die doch Korea sind sind es noch ein bisschen mehr so maskenmäßig drauf wie hierzulande wer weiß gut danke dir war interessant und habe ich wieder was gesehen mal auf der Welt immerhin haha großartig ja dann okay nächste E-Mail ist der Düsi der noch wohl ich weiß nicht ob er noch in Wales rumhängt oder nicht auf jeden Fall ist die Mail kurz aber macht nix danke dir da meint man wirklich Cardiff ist eine nette kleine Stadt sehr multikulti und eine extrem große Menge an Restaurants Bars und Pubs also halt die Hauptstadt von Wales und da ist eine Rugby Hochburg vermutlich deswegen muss man da ja was bieten kann ich mir schon vorstellen die Andertäger Bühnenshow war sehr cool die Zeit verging wie im Flug und war sehr interessant das Handy wurde in eine Tasche geschlossen so dass man sich seinen Platz merken musste tjo bin mir nicht sicher was das mit dem Handy zu tun hat dass man sich den Platz merken muss aber gut auf jeden Fall interessant war ist ja schon mal gut Clash at the Castle war schon bis auf ein paar Matches leider die beiden Frauen Matches gut bis sehr gut schade dass die dann auch nichts so waren aber die Kritik war eigentlich relativ gut aber ich habe sie nicht gesehen Walter war mega das ist doch kein Walter das ist ein Gunther hallo Crowd war die Meisterzeit sehr geil Megapop bei Edge huiui ja klar ich meine die sind ja auch happy dass sie so eine Großveranstaltung mal abbekommen und alles kann ich mir schon vorstellen dass die Stimmung gut war vom Drumherum her leider so gut wie keine Pyro keine Pyro sondern nur das Sound Fake Pyro hm naja das Dach war leider geschlossen wahrscheinlich wegen der Gefahr dass es regnen könnte leider auch keine Stage ok der Big Screen über dem Ring war schon cool und kein europäisches Kommentatorenpult vielleicht haben sie die wegrationalisiert gibt es eigentlich den Carlos nee der Carlos Caber das war auch nicht mehr bei der WWE oder ich habe es schon lange nicht mehr gesehen also was weiß ich schon es gibt also Verbesserungspotenzial für nächstes Jahr ich habe auch irgendwo gelesen am Rande dass das jetzt jährlich werden soll kann gut sein warum auch nicht ich meine das das NFL Spiel Spiel ist ja auch jährlich irgendwo das ist übrigens NFL dass die ab ab 23 also nach Ende dieser Saison auch bei RTL kommen für 5 Jahre ich hoffe das ist kein schlechtes Omen und das ich hoffe dass den Buschmann nicht vor das Mikro hocken aber gut der Buschmann ist auch nicht schlimmer wie die wie die Krakeler Truppe rund um den Coach von ProSieben deswegen ja mein Gott wird schon verkraftbar sein ja Tschüss Wunder und bleibst uns werden alles schön negativ meint der Düsi sage ich danke gleichfalls ich meine ich habe irgendwie den Verdacht du hast AIW entweder schon wieder verdrängt damit du nichts Böses denken dir musst oder nichts aber das ich muss sagen als Nicht-Zuschauer ist dieses Kuddelmuddel schon recht lustig vor allem weil ja der große Volksheld offensichtlich halt doch ein ziemlicher Depp ist und halt doch nicht nur die die Ligen oder die die der Konzern schuld ist aber naja egal ich finde es ich finde es irgendwo witzig aber auch traurig aber mei mir kann es ja zum Glück egal sein na ich sprint doch relativ durch aber es ist schon ganz kurz wird es nicht passen der Max ist auch wieder dabei Ereignisse und Fragen meint er Hallo Ulrich diese Woche war zum Konzert Poets of the Fall eine finnische Band die für Remedy-Spiele bekannt sind dann habe ich vermutlich sogar mal vielleicht oder vielleicht sogar was von ihr gehört aber sagt mir leider sonst noch nichts aber wenn es für dich schön war dann gut hat es Spaß gemacht sie live zu sehen ein Album hat er für ihn gekauft ja dann hat es wohl Spaß gemacht schön eine Dame von Strictly Limited Games hat sich über ihn zurückgemerkt und gesagt es wäre kein Problem die kleine Anleitungskarte zu schicken schön freut mich über die Kritik zum Drehbahnmotor hat er auch weitergereicht mal schauen wie die Antwort ist ich meine da musst du dann im Prinzip ein Austauschgerät kriegen wenn es daran liegt deswegen ich drücke dir die Daumen weil wenn da was kaputt gehen würde oder klemmt ist halt einfach nicht gut für das Geld vor allem es kostet ja viel und dann übrigens danke für das 10 weitere Tahito Titel auf eine Flashkarte scheinen inklusive Dank für die Vorbestellung Bescheid und für den Bescheid für das Mega Drive Mini das er noch ergattern konnte das ist jetzt auch komisch das war also jetzt vergriffen das ist glaube ich immer noch oder also das passt irgendwie nicht zu diesem ganzen permanenten Rumgetue in Japan dass wir so wenig Stückzahl haben und das man muss auch schauen ob man für die Amis noch mehr machen kann das ist auch so wenig übrigens das Atari 50 erscheint bei uns offiziell verpackt also da bin ich auch gespannt drauf freue ich mich Mega Drive Mini 2 ja ist immer noch bestellbar also langsam wundert es mich schon was mich auch was mich auch richtig anfuchst in die ganzen Nasen das ist so teuer es hat bloß einen Controller hey dafür sind 60 Spiele drauf und Sachen die halt wirklich ungewohnt sind und ich meine schaut mal jetzt überrückt mal ich würde ja gerne sagen jetzt schaut mal was ihr für Gas und Strom zahlt und beschwert euch nochmal dass das Ding jetzt nicht 50 Euro kostet und der zweite Controller dann kauf halt einen anderen zweiten Controller oder spielst von deinem ersten Mega Drive Mini ja der hat bloß 3 statt 6 Knöpfe das weiß ich aber also und die Spiele sind es mir nicht wert da reichen mir die ROMs ja da sage ich jetzt wieder nichts zu sonst beschwert sich wieder jemand dass ich so gemein bin aber ja also nicht mehr als ich gesagt habe also echt krumpf also ja nein egal also es wundert mich schon dass es immer noch lieferbar ist dann müssen sie doch und aber was wirklich toll ist das war ja neuer Montag das wird also wirklich in Deutschland oder halt in Europa gelagert und verkauft also keine Notwendigkeit aus Japan zu importieren oder bei Amazon direkt über den Marktplatz zu kaufen wie es die Amis tun müssen das ist eine coole Sache und dann ist der Preis natürlich auch gleich wieder noch viel besser weil dann dann ja passt kein Porto extra nix super also also wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat noch scheint es zu geben das Mega Drive Mini 2 dann würde ich sagen wer jetzt interessiert sollte vielleicht stornieren kann man es immer noch und die SD-Karte kann man inzwischen bei Amazon bestellen aber halt nur in Japan und das geht nur bis zum 20. oder 21. weil dann wird die Vorbestellung zugemacht es werden so viel produziert wie bestellt wird offiziell ob innen oder strictly das haben werden das weiß ich nicht ich bin mal abwarten also ich hätte jetzt eigentlich gemeint wenn sie wenn sie es bringen würden hätten sie es inzwischen vielleicht mal was dazu gesagt aber und es ist recht teuer das stimmt aber ich nehme es trotzdem ich will das haben es ist cool ja gut dann ja momentan meint der Max spielt der Yakuza Like a Dragon ein echt cooles Rollenspiel mit spannender Handlung gelungenem Kampfsystem im schönen Yokohama ist doch gar nicht Yokohama es hat doch irgendeinen anderen Namen egal auch wenn die Gebäude schon verbraucht sind statt schon verbraucht wirken statt modern wie in Tokio ja schon ich muss dir ehrlich zugeben dass ich schon gar nicht mehr genau weiß kann man bei Like a Dragon auch mal nach Kamurutsu ich glaube schon oder aber nur oder ist es nur vorgegeben oder kann ich frei ich habe es vergessen ich verwechsel es jetzt mit Sicherheit mit Lost Judgment da kann man nämlich beide besuchen wie man will das weiß ich ja es ist ein schönes Spiel richtig schönes Spiel das war jetzt bei Plus drin also wer es jetzt nicht frei jetzt nicht zugelegt hat den kann man auch nicht mehr helfen Fragen habe ich mir ein Astro City Mini 2 bestellt oder auch ein Mega Drive Mini 2 natürlich hallo ich habe das Astro City Mini V habe ich schon das kam ja raus das habe ich mir auch gegönnt also Thomas hat es getestet ich habe es auch ich habe doch mal bei Twitter ein Foto gepostet wie ich mit so einem kleinen LCD Fernseher in den Hochgang gestellt habe endlich so ein Billo Fernseher für mach 100 Euro ne so ganz also auf jeden Fall billig halt einfach der ist für sowas und der hat auch kein super tolles Bild aber für sowas funktioniert der prima ist echt gut kann man gut nehmen so das und ja also ich bin nicht super begeistert weil ich bin auch kein Riesen-Shooter-Mup-Fan und ja der Leck den merkt selbst ein Amateur irgendwo das ist alles ein bisschen träge wirkt und das E-Gret ist halt von der Produktionsqualität von der Wertigkeit so viel besser es fühlt sich viel besser an es ist schwerer wuchtig der Knüppel fühlt sich besser an eigentlich alles aber sowas muss sein und Mega Drive Mini auch ich habe momentan noch alle drei Varianten die das Japan Gerät habe ich natürlich in Japan vorbestellt wo noch unklar war was passiert das das Genesis Mini haben sie ja vor ein paar Wochen mal kurz eine Charge angeboten in Japan die dann auch der Nicht-Armee bestellen konnte da habe ich mich auch vorbestellt zur Sicherheit und jetzt habe ich es Deutschen ob ich ob und was ich davon storniere muss ich noch abwarten die Wahrscheinlichkeit am ehesten ist das Genesis weil das doppelt sich ja inhaltlich mit dem Deutschen oder mit dem Europäischen und gut die Hülle schaut anders aus aber es hilft halt nichts und das Japanische da bin ich noch ein bisschen überlegen weil das ja eigentlich schon cool ist weil da so viel Zeug drauf ist das wir nicht kriegen aber wenn man natürlich alles nicht versteht aber das Japanische war auch ziemlich billig also das war deutlich günstiger und das kommt selbst mit Port und alles wie es noch bestellbar war bin ich mit unter 100 Euro rausgekommen also mache ich wahrscheinlich trotzdem ja mag ich Scanlines äh Prinzip ja aber ich habe sie heutzutage tatsächlich meistens aus weil irgendwie wirken sie oft nicht so gut wenn dann irgendwie schimmern oder sind unsauber gemacht aber ich mag Scanlines eigentlich schon immer noch aber man hat also was nicht geht sind Kantenglättungen bei so Pixelspielen das geht überhaupt nicht aber 1 zu 1 Pixel da ist das ist mir inzwischen gewöhnt weil ja viele Pixelspiele viele Pixel-Indie-Spiele ja natürlich so ausschauen keine Scanlines haben also ne mache ich es meistens habe ich bei Yakuza lange gedreht als Manager der Pralinenfirma in hohen Rang erreicht ich habe es ja klar ich habe es ja damals gespielt es macht auch Sinn weil wenn die Geldsorgen die man am Anfang hat die sind dann ganz schnell weg wenn man sich da durchzieht es ist zwar ein bisschen monoton und das und die die Investorensitzungen können ab und zu ein bisschen stressig sein aber es lohnt sich auf jeden Fall ja ich habe da ich habe es ausgemaxt sozusagen mehr was halt geht habe ich gemacht ja ich habe vergessen gibt es dann ein Story-Dings das weiß ich gar nicht mehr aber ja ah doch man kriegt einen Charakter als Teil für die Party der sehr gut ist der zwar in der Story selber an sich dann nicht vorkommt rennt immer mit kommt aber nie in den Cutscenes vor ist aber sehr gut wenn man hat naja was hoffe ich mal von der kommenden Tokyo Game Show 2022 ganz ehrlich ich habe momentan so viel um den Kopf dass ich mir nicht so richtig Gedanken gemacht habe schöne Spiele hoffentlich und das ist kommt vom Timing her ist es halt exakt zu spät für uns wir drücken am Donnerstag da geht sie los wenn man so will tja ist halt nichts zu machen ähm ich würde mir einen Rich Racer wünschen aber das ist ja das glaube ich ist nicht unbedingt realistisch deswegen naja also ich hoffe mir dass er unter interessant wird zumindest einfach so schönes Wochenende und bleibt weiter gesund meint der Max sage ich dann gleichfalls und zum Finale Finale kommt der Diego mal wieder nach längerer Zeit jawohl jetzt muss ich gerade mal ganz kurz gucken er hat ja angekündigt dass er zu tun hat das war Anfang Juli ach das sind zwei Monate jetzt gewesen ui neun Folgen ja nicht schlecht vor allem weil er schreibt gib mal konnit schuldig gib mal wieder ein Lebenszeichen von sich aber der Umzug ist immer noch nicht abgeschlossen huch aber er hat gerade etwas Luft weil in neun Monaten auch noch viel gemacht werden also ich kann dir auch sagen ich habe ja auch eine Wohnung und wenn da mal was ja wenn es mit Handwerker zu tun hat das war das schon am Anfang das ist nicht so geil dann kann das alles dauern und stressig sein weil die Handwerker haben es ja nicht nötig die haben ja genug Aufträge es ist halt so das weiß man ja auch ist halt scheiße wenn es einem am anderen Ende hängt und dann wartet wie geht es denn so naja wie da kann ich sagen sie den ganzen die ganze halbe Stunde plus vorher an sich gut aber Stress weil halt gerade viel zu tun aber wird schon wieder zocktechnisch hat tatsächlich auch kaum Neues zu berichten meint er wenn es die Zeit zulässt spielt er nach wie vor GoS via Tokyo es hat ihn sehr gepackt machst du da irgendwie die ganzen Sammelitems weil das Spiel ist nicht sonderlich lang und letzten Endes wirklich immer das gleiche also ich habe es ja auch gespielt ich habe es nicht bereut aber ja mit sehr gepackt das kenne ich das hat mich ja zwar mit Disney gerade Dreamlight Valley hat mich ja gerade voll ab abkassiert das ist gefährlich weil ich habe noch so viel zu tun und oh Gott naja und Zelda Breath of the Wind mit seiner Tochter immer noch ein sehr geiles Spiel vielleicht sollte ich es irgendwann mal spielen naja ansonsten hat sich noch zuletzt Kumaggio Remiglia Scarlet Symphony geholt ist aber noch nicht dazu gekommen es auszuprobieren das kenne ich das geht mir auch so ich habe das Intro aufgenommen und mehr weiß ich dazu auch nicht aber ja kenne ich in der Gaming Welt gibt es auch gerade wenig Neues das ihn anspricht außer Bayonetta 3 und eine Handvoll Indie Titel wüsste jetzt nichts prickelndes aber hey es gibt so viele Indie Splatoon ist doch nicht so ein Fall schließe ich mal daraus das ja just diese Woche erschienen ist das habe ich beim Mediamarkt bestellt für 43 Euro hatten sie es ja wohl in der Werbung und Amazon hat zu dem Zeitpunkt das Ding nicht da gehabt und dann war auch unklar ob sie mitgehen und dann habe ich mir gedacht naja ach so kein extra Porto ja Mediamarkt probieren wir es die haben es tatsächlich am Mittwoch schon verschickt und es war am Donnerstag schon da einen Tag zu früh habe ich so auch noch nicht oft erlebt aber gut immerhin hat es funktioniert was soll es passt schon und jetzt haben sie die 3 für 2 Aktionen gerade da hätte es auch noch reingepasst das hilft mir jetzt aber auch nichts mehr wobei ich habe gar nicht gesehen ob es das Hammer wann gebe ich ja und die Frage ist ob ich zwei weitere Spiele gefunden hätte weil eigentlich habe ich so gut wie alles von Nintendo wo ich wirklich haben möchte schon und der andere Kram ist so wo ich so denke naja selbst da müsste es dann schon billig sein aber naja egal na gut dafür wäre ja Splatoon ein bisschen billiger ja vielleicht egal letztens war ja mal da wollte ich ja wie Live Alive und Xenoblade kam da war dann die Aktion aber für alles außer Switch aber die sind tatsächlich die letzten Wochen überall irgendwo relativ günstig aufgeschlagen dass ich da auch gar nicht mal so viel mehr bezahlt habe wie es mit der Aktion gegangen wäre aber gut ja Fragen also ja also Indie-Spiele gibt es noch und nöcher und sonstige Spiele ja da ist gerade ein bisschen weniger los aber geht schon Fragen hat sich jetzt die erste Hälfte des 4 Fest reingezogen fand es jetzt von der Aufmachung eher semi-geil waren aber schon ein paar nette Spiele dabei auch wenn ein paar älte dabei waren habe ich mir auch angeschaut ich kann dir mal sagen ich habe keine Ahnung was 4 Fest ist war das irgendwie 4 Fest Black Summer Edition von 4 Demic äh the biggest and scariest Video Game ich kriege die PMs von 4 Demic stelle ich fest aber musst du ehrlich sagen es juckt mich null von Creepy Jar Narcon Wales Interactive Bundle Bloober ich weiß nicht ich habe dauernd irgendwelche Präsentationen jetzt dann in ein paar Stunden ist ja die Marvin Diss und meine Horror-Spiele sind nicht meine Baustelle ach das ach das ist ein 4 Demic ist ein Label von Bloober okay okay also und you can find the whole line up dann schaue ich es mir halt mal kurz an True True Charles Dark Pictures Invincible Yomawari Aha Leia Sophias natürlich Hardware 2 Green Hill immer noch Ikai super Ravenous Devils ach komm Phobia St. Diffner Hotel Medium ja Blair Witch ach komm hey wollt ihr mich was hat denn das jetzt noch zu suchen uralte Spiele damit wir das Programm auf äh äh cooking companions aha so so also das ist mir auch klingt blöd zu fokussiert das ist doch davon es sind jetzt mögen jetzt 80 Spiele Chernobyl 80 Spiele sein aber alles das alle die gleiche ja alle der gleiche Matsch also da da ist nicht genug abwechselnd für mich dass mich das fesseln könnte es ist schwer zu sagen ob mich das es ist so selbst ich sag mal so ich mag ja Visual Novel so wenn dann wenn jetzt wieder Axis 5 Utomis auf einmal vorstellt dann langweilt mich das schon und es sind dann bloß 5 aber ne kann ich dir nichts zu sagen ähm auf was freue ich mich am meisten von den bereits angekündigten Spielen wenn du jetzt von den 4 damage Sachen redest dann kann ich halt nur sagen gar nichts von den wenn wir so normal reden hm mei also das Yakuza was jetzt dann endlich vorgestellt wird natürlich ähm das ist ja kein Geheimnis dass das so kommt das weiß man ja schon alles ähm da haben sie achso die Woche war jetzt ein Stream von Ryu Gagotoku Studio wo angeblich ein Teaser kommen sollte ja da kam nur die Ansage dass nächste Woche der wirklich Stream ist super danke ähm äh God of War interessiert mich natürlich schon einfach natürlich beruflich aber auch so weil das gute Spiele immer waren das letzte war ja auch sehr sehr gut äh hm bei vieles und mir fällt natürlich nichts ein haben sie jetzt eigentlich das neue Need for Speed ist noch nicht angekündigt glaube ich krass oder wann passiert denn das mal kommt das dieses Jahr nee dieses Jahr kommt es glaube ich nicht mehr oder wie war das weil sie Battlefield reparieren müssen oder war es nicht letztes Jahr also jetzt würde es mal langs also wenn wir jetzt ein Spiel noch nicht angekündigt hatte von dem von dem Rang und Namen das würde mich wundern aber naja äh wie auch immer was halte ich denn von der Kalisto Protokoll er freut sich mega drauf ähm ich hab tatsächlich Dead Space ist eins der wenigen Spiele in die Richtung die ich auch wirklich gespielt habe also das erste hab ich durchgespielt es war sehr sehr gut und es sieht aus wie Dead Space völlig überraschend und es ist auch ultra brutal aha ähm ich bin interessiert und neugierig aber ich bin nicht so ganz sicher also es ist jetzt nichts was in meiner Prio Liste ganz weit oben steht aber ich bin durchaus interessiert ich meine natürlich kommt dann jetzt von dieser Art von Spiel kommen natürlich die nächsten Monate tausende gleich gefühlt war ja so der Running Gag vor bei der E3 jetzt haben wir die Show wo alle zur Abwechslung mal so ein Survival Sci-Fi Dead Space Clone zeigen aber ja mal gucken was wird bei mir aktuell gezockt naja wie gesagt äh viele viele Indie Sachen die noch fürs Heft fällig sind oder auch waren und äh Disney Dreamlight Valley das war ein bisschen zu viel Zeit schon dafür aber ich find's einfach toll mir gefällt's super und dann noch die Bilder kommen wir gleich zu in diesem Sinn eine gute Zeit bis zum nächsten Mal Peace also Bilder das ist ein Katzenmädel mit eine Katzenmaid mit einer grünlichen Uniform die ganz ganz keusch fast schon da hockt Skandal dann haben wir hier eine Ada Wong die hm finde ich funktioniert das Gesicht sieht künstlicher aus wie im Render irgendwie komisch und sonst so ja akzeptabel eine Ivy ach du Scheiße eine Ivy Valentine und eine Taki also die Taki die sitzt so auch so da so kniesitzend wo man schwer einschätzen kann die hat auf jeden Fall das ist so aus der Ära Solkalibur 4 wo immer noch alles größer wurde die die füllt ihren Latex weinroten Latex an so gut aus und die die Ivy ist ein bisschen kurz aber dafür ein bisschen breit und die hat ganz schöne Schenkel an ihren Hüften ja gut ich sag mal so kann man machen ist jetzt auch nicht schlimm aber es ist nicht so ganz entspricht nicht so ganz dem Vorbild dann habe ich hier eine oh es ist äh blaue Haare ich würde gerne sagen Xenogears kein Schimpf ist es eine Kosmos ne es ist mehr so mehr so historisches Fantasy statt Sings ja die hat auch einen interessanten Latex unten drunter wo auch ganz schön cool ausschaut ja hat und hier habe ich noch eine ein Elfin aus was für ein Spiel auch immer mit so super langen dünnen Elfenohren die so hässlich so doof aussehen eine Blondine mit mit irgendeiner Rüstung und einem großen Hackebeil die sind also für Diego Verhältnisse sehr sehr hoch geschlossen alles erstaunlich ganz nett anzusehen ich danke dir so damit sind wir durch tatsächlich 45 Minuten lang genug finde ich also ich habe ja alles gesagt für die nächste Ausgabe ihr wisst es ja bis wann und so weiter Freitag 18 Uhr und wohin auch klar die Videos habe ich gesagt Wetter habe ich gesagt sonst gibt es jetzt eigentlich nicht viel mehr schauen wir halt mal was dann nächste Woche wird und ich wünsche euch ein stressfreies Wochenende stressfreie Woche Wetter wie es euch gefällt ich finde es so ein bisschen erfrischend kühl herbstlich hat schon mal was und sonst einfach dass es uns möglichst gut geht bis nächste Woche dann und damit Tschüss 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 Tschüss